Hallo, hier ist der Dreier. Meine Mutter ist jetzt umgezogen und die Küche muss unter Tischgerät angeschlossen werden. Und was mache ich? Nur wollte ich mal zeigen, wie das geht. Unter Tischgerät heißt nieder Druck, ist kaum Druck drauf. Amateur müssen immer drei Anschlusser haben, weil sich das Wasser ausdehnt. Es gibt auch Spezialisten, die machen hier ein Spielstück dazwischen, weil sie sich wundern. Wo ist denn der dritte Anschluss? Und dann fliegt das Dingel um die Ohren, weil der Druck nicht entweichen kann. Deswegen Niederdruck. Der Wasserhahn muss immer tropfen. Das ist normal, weil Wasser dehnt sich ja aus und hier in der Armatur ist eine Feder. Da geht hoch und dann tropft der Wasserhahn. Also nicht wundern, der Wasserhahn muss tropfen. So, ist eigentlich selbstbeschreibend. Hier sind Markierungen überall dran mit Pfeilen. Dann zeige ich euch jetzt mal, wie man den anschließt. Ist ja eigentlich selbstbeschreibend. Hier ist das Untertischgerät von oben. ist links roter Pfeil, rechts ein blauer Pfeil. Und was ist hier an der Armatur? Auf der Seite, wo der rote Pfeil ist, kommt, der wird hier angeschlossen. Wasser rein ist da auch. Und hier blauer Pfeil kommt hier rein. Und der kürzeste Schlauch von der Armatur ist meistens Kaltwasserzufuhr. Der kommt dann in den Eckhahn rein. wird angeschraubt. So, was wichtig ist, wenn diese Verschraubung hier darauf angeschlossen werden, das ist total wichtig. Immer gegenhalten. Sonst verdreht man das Innenleben. Das ist sehr wichtig. Ja, das war es eigentlich im Prinzip. Und daran denken, Wasserhahn muss tropfen. Der ist nicht kaputt, weil sich das Wasser ausdehnt. Gut, ich habe das deswegen jetzt hier so gezeigt. Unter der Spüle ist das ein bisschen eng zu filmen. Aber müsste eigentlich jeder so zurechtkommen. Alles klar. Euer Dreiber. Bis dann.